Bruststraffung, Fettabsaugung, Polifting, für ihre Schönheit hat sich Jessica Pascar schon einige Male unters Messer gelegt. Doch damit soll jetzt Schluss sein, wie sie mit einem überraschenden Geständnis verraten hat. Vier Jahre ist es mittlerweile her, dass Jessica Pascar, 28, zum ersten Mal öffentlich in Erscheinung getreten ist. In der RTL-Kuppelshow Der Bachelor kämpfte sie damals um das Herz von Christian Teeves, 38. Die letzte Rose bekam die hübsche Brünette damals zwar nicht, dafür jedoch jede Menge mediale Aufmerksamkeit. Seitdem hat sich im Leben der 28-Jährigen viel verändert. Vor allem optisch hat sie in eine krasse Wandlung durchgemacht. Für ein makelloses Äußeres ließ Jessie einige Male vom Beauty-Doc nachhelfen, Eingriffe, die sie mittlerweile jedoch bereut. Sie bereut ihre Beauty-Obst. Im Interview mit der Website stylebook.de hat die TV-Beauty offen gestanden, dass sie mit 19 Jahren ihre erste Schönheitsoperation hatte. Damals ließ sie sich fett an den Hüften absaugen, da diese ihrer Meinung nach zu breit waren und auch durch intensives Tanztraining nicht schmaler werden wollten. Ich war eine Außenseiterin in der Schule und sehr unsicher in meinem Körper, erinnert sich die ehemalige Bachelorette. Der Eingriff sei für sie die einzige Möglichkeit gewesen, zu den anderen dazu zu gehören, so ihre traurige Erkenntnis. Doch bei der Fettabsaugung allein sollte es nicht bleiben. Sie will wieder zu sich finden. Nach dem Eingriff ließ Jessie auch nach ihrer Brüste straffen und den Kuh aufspritzen. Wirklich schöner habe sie sich danach jedoch nicht gefühlt, denn wie sie selbst sagt, machten ihr nach der Operationen vor allem immer die Komplikationen schwer zu schaffen. Doch mittlerweile sei sie reifer und erwachsener als damals und würde sich nicht mehr unüberlegt einem Eingriff unterziehen. Im Interview erklärt sie, heute bereue ich meine Schönheits-Ups und würde jedem abraten, sich leicht fertig unters Messer zu legen. Ich überlege sogar, mir meine Brustimplantate entfernen zu lassen, weil ich einfach zurück zu mir finden will. Die 28-Jährige hat inzwischen einen anderen Weg entdeckt, um sich in ihrem Körper wohl zu fühlen, mit gesonder Ernährung und jeder Menge spart. Mit einem Personal-Trainer macht sie tägliche Workouts und auch beruflich verdient sie als Influencerin mit dem Sport ihr Geld. Trotz etlicher TV-Engagements, unter anderem in Shows wie Das Perfekte Promi-Dinner, Let's Dance oder Promi Big Brother, bleibt Jessica auf dem Boden. Einen Höhenflug habe ich dadurch aber nicht bekommen. Ich lebe immer noch in der gleichen Wohnung in Essen neben meinen Eltern wie damals. Ich weiß einfach, wo ich herkomme und wie es war, als ich noch nicht so einen Lifestyle hatte, besteht das Starlet im Stylebook-Interview. Bis zum nächsten Mal. Außerdem Ich weiß denken, was ich noch nicht bekommen. esse bis zum nächsten Mal. Ich weiß nicht, wie Pizarber dasºhört. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Beschluss .